Neue Dokumente enthüllen, dass Donald Trump mehrere Millionen US-Dollar in Ethereum besitzt. Im letzten Wahlkampf war Trump noch ein Krypto-Gegner, doch jetzt gibt er sich als Bitcoin-Fan. Laut Arkham Intelligence beträgt Trumps Ethereum-Vermögen etwa 3,6 Millionen US-Dollar. Zusätzlich hat Trump 7,15 Millionen US-Dollar durch NFT-Lizenzgebühren verdient. Melania Trump hat 330.000 US-Dollar durch den Verkauf von NFTs eingenommen. Seit ihrem Debüt haben Trumps NFT-Karten ein Handelsvolumen von über 15.000 ITER erreicht. Die Trump Organization plant eine neue Kryptowährungsinitiative. Details sind noch unbekannt. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere News zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.